Nach dem bitteren Pokal aus unter der Woche bietet sich der HSG Wetzlar in der Bundesliga die frühe Chance auf Wiedergutmachung. Gegner heute die Füchse aus Berlin, eine Mannschaft aus dem obersten Regal. Die Wetzlar reiben grün zu Beginn mit viel Tempo und hoher Wurfeffektivität, führen zeitweise sogar mit zwei Toren, müssen dann aber abreißen lassen, weil Berlin sich nach 15 Minuten deutlich steigert. Einfache Tore gelingen aus dem Rückraum viel zu selten. Trotzdem findet Dominik Mappes hier die Lücke. Den Gastgebern gelingt zwischen der 18. und 28. Minute lediglich ein Tor, Berlin hingegen gnadenlos effektiv im Angriff. Und hinten bleibt der Laden größtenteils dicht. So führen die Gäste zur Pause mit 20 zu 11. Wetzlar wechselt nach der Pause auf der Torhüter-Position. Für Klimke jetzt Zuljakovic zwischen den Pfosten. Und der sorgt mit insgesamt acht Paraden dafür, dass Wetzlar über weite Phasen den Rückstand zumindest bei minus acht halten kann. Vorne zeigt sich die HSG deutlich lösungsorientierter. Wie so oft läuft aber viel über den Rückraum. Entweder über Mappes oder Stefan Czabor, der aus dieser Situation noch das Maximum rausholt. Bester Wetzlarer Werfer ist heute aber Dominovac, der schlussendlich auf sieben Treffer kommt. Hier ein Tor aus einem fast unmöglichen Winkel. Berlin passt sich in puncto Effektivität der HSG Wetzlar an und Zuljakovic hat da auch einen großen Einfall dran. Die Füchse wechseln im Rückraum fleißig durch und so kommt Max Benecke auf seinen ersten Saisontreffer. Und Fabian Wiede erzielt mit diesem Treffer das wohl schönste Tor des Tages. Es ist aber auch das Kurioseste. So richtig Spannung kommt aber nicht mehr auf. Berlin hält die hohe Führung über die gesamte Partie hinaus. Philipp Auanzu hier mit dem letzten Wetzlarer Treffer. Und so gewinnen die Füchse Berlin in der Höhe verdient mit 34 zu 25 gegen die HSG Wetzlar. Noch mehr Handball gibt es übrigens hier. Hier draufklicken. Auf geht's. Auf geht's. Vielen Dank.